So, guten Abend meine Lieben, herzlich willkommen zum Finanzhudel Community Talk. Die ersten Leute sind schon am Start. Der Jär, Andreas Lutz, Thomas Probst und auch Mrs. Gurkenkopf ist am Start. Also herzlich willkommen hier erst einmal. Freut mich riesig, dass ihr hier gejoint seid. Und wir werden heute auch mal wieder ein Thema ansprechen, das wir schon länger nicht mehr direkt hier in den Streams auch angesprochen haben. Und zwar geht es um den Webshop und welche Probleme ein Webshop mit der Zeit halt machen kann. Und vielleicht ist Probleme das falsche Wort. Sondern es geht mehr so ein bisschen um Challenges, die man halt, ich sage jetzt mal im Reselling, auf jeden Fall, wenn man einen eigenen Webshop hat oder insgesamt sich mit so einem Reselling-Business beschäftigt halt hat. Aber auch ein paar positive Dinge natürlich werden wir heute abchecken. Auch ein paar Produkte anschauen, die relativ krass sind in meinen Augen. Die nicht immer oder nicht so oft so auftreten, wie man das auch kennt. Und ja, guten Abend auf jeden Fall. LF auch am Start und der ABCDEFG ebenfalls. Ich wünsche allen einen guten Abend. Und auch hallo, Mikael Savas. Wir werden heute über den Webshop sprechen. Ich habe hier tatsächlich auch als Beispiel noch Toon Chaos. Werden wir uns nachher auch nochmal quick anschauen. Toon Chaos ist ein sehr, 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 sehr beliebtes Display. Das ist gestern rausgekommen. Ein gestriges Set. Und ist in meinen Augen bei Yu-Gi-Oh! schon seit längerem eine der Premieren, die wir jemals hatten im Yu-Gi-Oh! Bereich. Und zwar ist es ein Booster-Set, was tatsächlich bei den Großhändlern, bei allen Großhändlern ausnahmslos ausverkauft worden ist. Und die meisten Händler nicht die Menge erhalten haben, die sie eigentlich bestellt haben. Weil da so ein krasser Andrang drauf gewesen ist. Und wenn wir zum Beispiel so die Preise aktuell anschauen für Toon Chaos, habe ich hier mal Ebay offen. Also wenn ihr aktuell Toon Chaos auf Ebay kaufen wollt, reden wir von 90 Euro, 98 Euro, 115 Euro. Ist ein bisschen teuer schon auch. Also das sind wirklich ganz krasse Preise wegen den Karten, die halt da drin sind. Wegen den Collector Rares. Wenn wir auch schauen, ab wie viel die verkauft worden sind bereits. Okay, jetzt ist ich an Problem aufgetreten. Dankeschön. Aber wenn wir hier schauen unter verkaufte Artikel, sehen wir auch relativ gut für 82, 82, 75, 77. Vor allem die Displays, die sind schon vor Release auch verkauft worden. Das darf man halt nicht so zählen. Da hat man noch nicht so gewusst, dass da der Hype so groß ist. Aber ihr seht, das Ding geht ganz easy für über 80 Euro auf jeden Fall weg. Und ich habe das zum Beispiel jetzt auch. Ich habe jetzt aktuell, also ich habe insgesamt von denen ungefähr, glaube ich, 55 Stück sollte ich insgesamt bekommen. Und ich habe jetzt hier schon 20. Boah, und schmeckt auch richtig lecker. Richtig geiler Geruch hier von den Displays. Und Toon Chaos, sehr, sehr geiles Set. Habe ich zum Glück einige schon auf Vorrat gekauft. Gucken wir mal hier noch in den Webshop. Und ich verkaufe Toon Chaos relativ teuer schon, weil ich damit rechne, dass die über die nächsten Wochen oder ein bis zwei Monate relativ teuer werden. Also bei mir kriegt man Toon Chaos ab 129 Schweizer Franken. Und ich bin dann so auf dem Niveau. Ich habe auch ein, also respektive zwei Händler leer gekauft. Weil ich habe nicht von meinem Großhändler die Menge bekommen, die ich wollte. Und habe dann drei Cases eigentlich fast noch bei anderen Händlern einfach leer gekauft. Die haben gar keinen Lagerbestand mehr. Und habe die dann sozusagen für einen günstigen Preis, also immer noch teurer als Großhandelspreis. Aber ich habe, glaube ich, 74 Franken pro Display gezahlt. Also das ist umgerechnet ungefähr 65 Euro. Also ich habe ungefähr 65 Euro nochmal für fast drei Cases bezahlt. Und ja, darum habe ich jetzt genug auf Lager auf jeden Fall mal vorerst. Möchte da auch ein bisschen Holden. Ein paar Toon Chaos auf jeden Fall zurückbehalten. Und ABCDFG schreibt auch gerade, habe gestern noch zwei Toon Chaos für 70 Euro bekommen. 70 Euro ist auch ein okay Preis, finde ich. Aber ja, je günstiger natürlich, umso besser. Das ist natürlich schon so. Thomas Probst schreibt noch, habe noch kein Gewerbe angemeldet. Kaufe heute Yu-Gi-Oh! Karten im Wert von 1000 Euro. Mache dann in zwei Jahren einen Webshop auf und melde einen Gewerbe an. Kann man 2020 die Rechnung bei den Steuern angeben? Nein, grundsätzlich nicht. Weil in dem Jahr, wo du die Ausgaben hast, da musst du es dann angeben. Immer pro Kalenderjahr. Jetzt kaufst du es lediglich privat. That's it. Und nicht gewerblich. Guten Abend, Arian, auch am Start. Schon der Günther am Start mit dem Günther Emoji oder Emote. Ich habe heute dein Video zu deinem Nettovermögen gesehen. Sind die 50.000 Franken nur in Aktienwertpapiere investiert oder auch in andere Assets? Natürlich auch in andere Assets. Ich habe da auch verschiedene Vermögensaufstellungsvideos. Musst du die ja mal reinziehen. Ich habe da auch mal letztens einen Stream dazu gemacht. Glaube ich, wo ich 600.000 Vermögen aufschlüssel, wie ich das verteilt habe. Kannst du dir mal anschauen. Geht um die Cashquote. Ist der Stream mit der Cashquote? Ist dein Shop gegen DDoS Angriffe geschützt? Ja, also auf jeden Fall mein, also mein Hoster zumindest, ähm, sollte auf jeden Fall. Und man kann da immer noch, wenn man das dann möchte, wenn man übereifrig sicher ist, kann man immer noch Cloudflare dazwischen schalten oder so. Und dann ist das eigentlich gegessen, die Sache. Verkaufst du eigentlich nur Schweiz intern oder Kunden im ganzen Dachraum? Nur in der Schweiz. Nur Schweiz. Nur innerhalb der Schweiz. Heinrich Schmitz, was verkauft der Guteherr für Spielzeuge? Ich verkaufe Trading Card Games, also Spielkarten. Ähm, und das ist halt tatsächlich der Webshop. Ähm, da wollen wir heute drüber so ein bisschen sprechen. Und wir, oder ich biete da halt vor allem, also meine Sortimente sind Games, Pokémon, Einzelkarten und Yu-Gi-Oh! Und wenn wir zum Beispiel auch bei, äh, ich sag mal, bei den Yu-Gi-Oh! Karten insgesamt gehen, sieht man auch relativ gut. Was da für Produkte am Start sind, viele auch ältere Produkte, äh, die vielleicht nicht, äh, jeder auf Lager hat. Hier auch ein ganz wildes Exemplar. Ähm, Blue Eyes, Legend of Blue Eyes, White Dragon Blister Packs in einem Mint Zustand, also Mint Condition. Ähm, also wir haben hier ganz viele alte Produkte, auch die 10, 15 oder fast 20 Jahre alt schon sind. Also ich versuche hier wirklich viel Sortiment anzubieten. Teilweise auch ein paar gegradete Karten. Ähm, natürlich auch Zubehör. Äh, ältere Displays, natürlich aber auch Einzelkarten. Also da ist alles Mögliche dabei. Ähm, kann man hier nochmal Sealed Products vielleicht auch sortieren, damit ihr euch da einen besseren Überblick, äh, einen Überblick verschaffen könnt. Machen wir mal so 480 Items pro Seite. Äh, das lädt jetzt zwar ein bisschen, aber dann kann man einfach alles runter scrollen. Kann man halt endlos scrollen und sieht halt alle möglichen Produkte, die wir auf Lager haben, ja. Also wir haben wirklich viel im Sortiment. Ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass aktuell mein Webshop, also Shop.amazingtoys.ca, das größte Yu-Gi-Oh! Produkt Sortiment hat in der ganzen Schweiz. Also ich kenne keinen einzigen anderen Shop, der so ein großes Sortiment anbietet, wie ich. Ich kenne wirklich keinen einzigen und die Dinge auch auf Lager hat. Das heißt, wenn, wenn nicht steht momentan ausverkauft und du was bestellst, dann ist das auf Lager und wir können das sofort versenden, ja. Also das heißt, das ist auch nochmal sehr, sehr, sehr ein wichtiger Punkt. Einfach um das auch nochmal zu erwähnen, ja. Also sie ist da relativ gut. Ähm, sehr, sehr, sehr viel auf Lager, sehr viele spezielle Sachen, sehr viele auch alte Sachen. Ähm, und also das ist wirklich einzigartig, dieses Sortiment hier innerhalb der Schweiz, in meinen Augen. Also ich kenne wirklich niemanden, der so ein Sortiment anbietet. Bei Pokémon schaut es relativ ähnlich aus, wenn wir unser Sealed Products gehen. Ähm, hier sehen wir das ganz gut aus. Ja, so sieht es aus. Aber machen wir auch nochmal, äh, 240 pro Seite müsste reichen, weil wir haben nur 209 verschiedene Artikel. Ähm, aber hier haben wir noch ein paar Fragen. Was macht dein Webshop für einen monatlichen Umsatz oder Gewinn? Ähm, kommt immer darauf an. Das heißt, wenn ich meine Karten privat für 10, äh, für 1000 privat verkaufe und dann in zwei Jahren gewerblich für 2000 verkaufe, muss ich die kompletten 2000 Euro als Gewinn verschauen. Kann ich dir nicht genau sagen. Ist in Deutschland sowieso anders als in der Schweiz. Darum, ähm, unbedingt mit einem Steuerberater anschauen. Ich kann dir das nicht genau sagen. Pokémon gibt es noch. Ja, Pokémon ist, soweit ich sogar weiß, die wertvollste Brand auf der ganzen Welt. Gucken wir mal nach. Ähm, Pok- oder, äh, Biggest-Franchises-List. Ich glaub, das Pokémon ist auf der größten... Ich glaube, sieht man das hier ganz gut? Ja, hier, schau mal. Pokémon ist das größte, highest-grossing, also das größte Media-Franchise der ganzen Welt. Vor Hello Kitty, vor Winnie-Pooh, vor Mickey Mouse, vor Star Wars, vor all diesem Zeug, vor Mario. Also, jeder, der denkt, dass Pokémon nicht mehr da ist, hat absolut keine Ahnung. Ist absolut lost, weil Pokémon ist die größte, das größte, äh, Franchise auf dieser Welt. Ja. Einfach so, zur Beantwortung, Pokémon gibt es noch? Fragezeichen, Ausrufezeiten, Fragezeichen. Es ist das größte Franchise. Vor allem, vor Harry Potter, vor Marvel Cinematic, vor Spider-Man, vor Batman, vor Dragon Ball, vor Barbie, vor Fist of the North Star, vor Cars, vor Toy Stories. Vor 007, vor Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh ist auch auf der Liste. Krass, Yu-Gi-Oh ist auch auf der Liste. Also, ihr seht auch Yu-Gi-Oh. Also, ich handle mit Waren. Die sind beide, also Pokémon Top 1 und Yu-Gi-Oh Top 23. Nur so als, äh, Information, ja. Mario habe ich natürlich auch ein paar Games, aber einfach so, dass ihr da so ein bisschen die Background-Infos kennt. Ja. Einfach, dass ihr da Bescheid wisst. Ja. Ach, was ist los? Ähm, was bekommt man für so eine Pokémon-Kartensammlung aus der ersten Generation? Mein Sohn hat bestimmt 500 Karten. Für manche musste ich damals 100 D-Mark, äh, bezahlen. Ja, kommt sehr darauf an, welche Karten es sind, wenn, da können sehr teure drunter sein, mehrere Tausend, Zehntausend wert sein, wenn sie gut erhalten sind. Und es müssen die richtigen sein, in der richtigen Auflage. Also, da kann schon was Gutes dabei sein. Weibst du auf einem Teil der Ware sitzen oder werden die langfristig immer verkauft? Also, es gibt ein paar Ladenhüter, aber ich behalte die dann einfach im Lager, das kostet nicht viel für mich. Aber grundsätzlich, ähm, berechne ich, wenn ich Waren einkaufe mit bis zu zwei Jahren oder manchmal auch drei Jahren, äh, bis dann alles umgesetzt ist. Außer, ich habe bewusst mehr gekauft, damit ich das länger auch halten kann oder längerfristig holen kann. Ähm, genau, ich biete nur Vorauskasse an. Und nein, ich habe aktuell noch keine Angestellten für Lager und Versand. Das macht normalerweise mein, äh, Vater, da haben wir das so ein bisschen aufgetrennt, weil ich habe ja den Webshop aufgebaut, macht die ganze Administration und so weiter, Marketing, Werbung und so. Und aktuell mache ich aber auch den Versand, weil mein, äh, Dad ja auch, ähm, gerade angeschlagen ist so ein bisschen. Er war ja auch jetzt kürzlich erst im Krankenhaus, darum, ich mache jetzt aktuell den Versand wieder. Kommen eigentlich auch Fehlinvestitionen zustande bei dem rein Ausinteresse? Ich habe nicht vor, sowas zu machen. Ja, auf jeden Fall, also, ähm, Fehlinvestitionen im Sinne von Produkte, die sich überhaupt nicht verkaufen, gibt es auf jeden Fall. Also zum Beispiel die Detective, äh, Pikachu-Produkte, die sind nicht so geil, die laufen gar nicht, ja. Ähm, dann, ähm. Ähm, was läuft auch gar nicht, Blister, also die neueren Blister, die laufen auch relativ schlecht, die laufen eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, was läuft auch nicht schlecht, äh, oder was läuft eher schlecht? Ja, die Theme-Decks von Pokémon laufen auch nicht wirklich gut. Ähm, bis auf vereinzelte natürlich. Und, also, es gibt da schon auch Fehlinvestitionen, aber ich kaufe halt alles, damit ich alles im Sortiment habe. Einfach von den Sachen, wo ich weiß, dass sie sich nicht so gut verkaufen, werde ich auf jeden Fall immer, oder kaufe ich immer wenig. Damit nicht zu viel Platz verbraucht wird. Vorauskast hat doch aber immer eine extreme Lieferzeit. Ne, geht so, also ich, ich biete ja, ähm, also ich biete ja Mastercard, kann man hier vielleicht mal kurz angucken. Äh, ich biete ja, äh, Mastercard, Visa, Paypal, äh, und American Express, Twint an Apple Pay. Das ist alles sofort. Also das heißt, du zahlst und es ist sofort bezahlt, fertig. Also das geht in einer Sekunde und dann wissen wir, es ist bezahlt, wir können es abschicken. Die meisten zahlen eh sowieso mit Kreditkarte oder so oder mit Twint oder keine Ahnung, mit einfach einem dieser Sofortbezahlmethoden. Minimum drei bis vier Werktage, nee, eigentlich nicht. Und wenn jemand Überweisung macht, dauert es ein bis zwei Tage hier in der Schweiz, bis das Geld ankommt. Manchmal auch nur einen Tag. Je nachdem, bei welcher Bank es ist, wer schneller das macht und welche Uhrzeit er diesen Auftrag aufgibt und so weiter. 92 Milliarden ist aber nicht so groß, oder? Also, ähm, weiß ja nicht, wie du das siehst, aber, ja, äh, wenn du meinst, dass 92 Milliarden nicht so groß sind und zum Beispiel das Marvel Cinematic Universe, ja, also das sind alle Filme, unter anderem, ähm, Avengers, äh, Avengers 4, äh, 3, äh, mit Infinity War, ähm, Iron Man. Das ganze Franchise hat seit 2008 29 Milliarden eingebracht und du sagst halt, 92 Milliarden ist nicht viel. Kannst du denken, wenn du willst, aber, ja, also wenn, du musst halt verstehen, dass Pokémon mehr, dreimal mehr eingebracht hat, seit es draußen ist, ja, als, okay, man kann jetzt auch sagen, okay, ja, Pokémon ist seit 1996 auf dem Markt, aber du wirst auf jeden Fall wissen, dass, äh, 1996 Pokémon überhaupt noch nicht krass gewesen ist. Pokémon wurde erst viele Jahre später krass, so irgendwann im Jahr 2000 oder so, ja, ähm, 2000 irgendwas, wo es richtig krass abgehypt worden ist weltweit. Einfach nur, dass du das weißt, aber man kann halten, was man will, ähm, ist ganz krass, wenn man es hier so sieht und selbst Star Wars, ja, ist seit 1977 am Start und auch Mickey Mouse seit fast 100 Jahren, kommt nicht am Pokémon ran, ja, so, wie du meinst, wenn das wenig ist, dann, äh, ist es halt wenig. Ich hab den Shop selber erstellt. Was denkst du von den neuen Pokémon Pinboxen, die im September rauskommen, haben die Potenzial, welche meinst du, ähm, meinst du die normalen, weil das zum Beispiel die Pinboxen, von denen hab ich richtig viele bestellt, von den neuen Pinboxen, das müsste das neue dreieinhalber Set sein, das neue Hidden Fates, respektive Dragons Majesty oder Shining Legends. Von dem hab ich relativ viel bestellt. Wie bist du eigentlich von Ebay weggekommen, wann machst man den Schritt zum eigenen? Den Schritt zum eigenen Shop machst du dann, wenn du es ernsthaft, äh, in Betracht ziehst, da wirklich viel Zeit und Geld zu investieren. Ansonsten machst du das nicht. Ich hab erst nach über 5 Jahren zum Webshop gewechselt. Ja, wie schon gesagt, Heinrich, das kommt sehr darauf an, da muss man die Qualität der Karte, der Zustand, also Zustand ist komplett, äh, das Relevanteste überhaupt. Kleiner Schweiz so schnell. Also, wenn ich heute, wenn ich vormittags vor 12 eine Überweisung mache, dann ist das am Nachmittag bei dir das Geld, egal bei welcher Bank du bist. Also, wenn ich heute bis 12 Uhr, ähm, eine Überweisung mache, egal wie hoch die jetzt ist, äh, dann kommt die am Nachmittag, späten Nachmittag bei der Person an. Das ist normal in der Schweiz. Wenn du es am, also wenn du es am, also wenn du es nachmittags machst, also nach 12 Uhr, dann kommt es am nächsten Tag am Morgen irgendwie zwischen 6 Uhr und 9 Uhr an, die Zahlung. Das ist bei uns normal. Also, weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist, aber bei uns geht das easy. Hey, Christian Minder auch am Start, sehr, sehr geil. Viele Stammgäste hier. Und hier haben wir auch schon die richtig geilen, ähm, Emotes. Die neuen auch. Hatte ich das richtig verstanden, dass du aus deinem Gehalt auch Karten für das Lager kaufst? Wenn ja, warum aus dem versteuerten Privatvermögen? Weil mein, weil der Webshop ein Einzelunternehmen ist. Pink. Wie viele Besucher hast du in deinem Shop pro Monat und wie viele von deinem prozentual gesehen kaufen am Ende ein Produkt ein? Ähm, das ist relativ wenig tatsächlich, ähm, aber das ist auch normal. Also, ich schaue halt tatsächlich eigentlich fast nur auf die Aufrufe. Und auf die Aufrufe ist es eine Conversion Rate, ähm, von irgendwie 0,3 oder so Prozent oder 0,4 Prozent. Einige Firmen sind doch so groß. Ja, das verstehe ich schon, ähm, aber du vergleichst Äpfel und Birnen. Pokémon ist in dem Case, also es gibt schon die Pokémon Company, aber Pokémon ist ein Franchise, mein Lieber. Genauso wie Mario oder Star Wars. Star Wars ist nicht eine Firma. Ja? Ja, nur so, äh, als Hintergrund, als, äh, als zum Verständnis, ja. Also, das ist eine, also ein Franchise. Winnie-Pooh ist auch keine Firma. Hello Kitty ist auch keine Firma. Ha. Einfach so, dass, 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 dass wir uns da verstehen. Darum, ähm, einfach, einfach, äh, nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Hätte trotzdem noch eine Frage. Wenn du 10 bis 18k Umsatz machst, wie kommst du auf einen monatlichen Gesamtumsatz von 40 bis 70k? Ja, der Rest ist einfach YouTube und Co. Genau. YouTube, Blog und Co. Luca, du hast absolut korrekt. Schaust du Animes? Fragt der Michael. Auf jeden Fall, mein Lieber. Ich hab grad Seven Seats fertig geschaut. Und ich warte jetzt noch auf, ähm, Mahoka. Äh, und das kommt jetzt dann gleich, glaub ich, im Juli. Und natürlich auf ReZero, auch die zweite Staffel. Beides die zweite Staffel. Da warte ich jetzt richtig heftigst drauf. Ich weiß nicht, wieso in Deutschland eure Banken so langsam sind. Ah, hier sieht man sogar noch die Farben, sehe ich gerade, was das bedeutet. Merchandise, Videogames, Trading Cards. Oh, Trading Cards sind auch richtig viel. Das ist auch richtig viel. Ähm. Also, let's go, komm. How many iPhones sold 2016? Also, 2016 wurden 211 Millionen iPhones verkauft. Ja. 211 Millionen iPhones wurden verkauft. Also, einfach an Kunden. Wir müssen jetzt mit Kunden rechnen, okay? Das heißt, 211 Millionen Kunden. Und hier kann man das leider nicht sehen. Aber wir können jetzt zum Beispiel hier, das ist auch interessant. Ähm, Pokémon Go ist 2016 halt auch rausgekommen. Mittlerweile sind es auch schon viel mehr. Aber 2016, wo es rausgekommen ist, haben diese App 130 Millionen Menschen gedownloadet. Ja. Du musst jetzt diese Leute jetzt einfach als potenzielle Pokémon Kunden sehen. Natürlich kaufen die jetzt nicht so ein teures Gerät, vielleicht. Oder so viel wie ein iPhone, das ungefähr 1000 kostet. Oder von mir aus auch 800 Franken oder Euro oder Dollar. Ähm. Aber du kannst halt Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Und ganz ehrlich, wenn du, wenn ich im Trading Card Bereich bin und ich nur 0,1% hier von diesem Umsatz mache oder 0,01%, dann Pustekuchen. Dann bin ich reicher, bin ich in den Top 1 oder 2% hier in der Schweiz. Ja. Das ist halt so, die Leute checken gar nicht, was das für hohe Zahlen sind und sind komplett schon, ähm, ja, wie soll ich sagen, so distanziert von diesen Zahlen, wie viel das eigentlich ist. Ja, also einfach nur so, um das im Hinterkopf zu behalten. Meinst du die Pokémon Sword and Shield Premium, äh, Figuren und Pin-Kollektion Zamazeta und Zashian? Nee. Nee, die meine ich nicht. Ich meine das, was im September rauskommt. Die 3.5er Sets. Immer die Zwischensets. Die kommen immer im Herbst raus. Gibt es heute noch Kinder, die mit Karten spielen? Ja, auf jeden Fall. Milliarden, ja, Milliarden, sag ich ja. Doch, es sind Milliarden. Achso, nee, 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 also, nee, 200 Millionen iPhones wurden verkauft. Ich glaube, du meinst das mit den iPhones, oder? Nee, 200 Millionen steht ja da. Also, 200 Milliarden, das geht doch gar nicht. Geht gar nicht. Du musst dir halt einfach überlegen, ähm, für die Leute, die jetzt denken, dass 92 Milliarden wenig ist, das bedeutet, ähm, du hast von jedem Menschen, der auf der Welt existiert, 10 Dollar, respektive sogar mehr als 10 Dollar eingesnackt über die letzten 196, seit 1996. Also, einfach, dass das zum Hintergrund ist. Aber aktuell, wenn wir zurück zum Thema Webshop kommen und nicht zu viel um den heißen Brei reden, ja, aktuell ist so die Problematik, ähm, mit der Skalierung, ähm, da kommt man langsam so an die Grenzen, habe ich das Gefühl, wenn man alles Mögliche selber macht. Und da habe ich mir schon viele Gedanken gemacht, was kann man da machen, wie kann man das lösen? Und es gibt da zwei Optionen, entweder man wächst und wächst und wächst, aber da muss man halt sich Ressourcen reinholen, in Form von Mitarbeitern, ähm, in Form von allem Möglichen, also Mitarbeiter und so weiter. Natürlich Automatisierungsprozesse im Idealfall, dass man gewisse Dinge automatisiert, dass das Zeit und Energie und Nerven spart. Aber ist halt dann auch so eine Frage, wie weit du das skalieren willst oder kannst oder überhaupt machen willst. Ja, das habe ich mich auch jetzt schon oft überlegt, so, macht das Sinn, ähm, wirklich so richtig krass zu expandieren? Wenn, wenn es dann aber nicht mehr Spaß macht, ja. Und das ist so ein bisschen eine tricky question, aber ich glaube, das muss man halt einfach ausprobieren und schauen, ähm, wie das jetzt, äh, kommt und das heißt, äh, ja, das ist jetzt halt aktuell einfach so eine, ich sage jetzt mal, Learning by doing, Testing-Phase an die Grenzen kommen und dann schauen, wenn man an der Grenze ist, okay, ähm, wie geht es jetzt weiter oder, ähm, geht man einen Gang zurück oder, äh, stellt man sich Leute ein oder lasst man irgendwelche, wenn ich sage mal, Teilzeitjobber da aushelfen und so weiter. Das wird sehr spannend tatsächlich. Das wird sehr spannend. Achso, also wenn du über die Bewertung der Branche sprichst, ähm, also wenn wir eh schon über die Bewertung sprechen, ähm, mein Lieber, dann können wir auch von KGVs und so sprechen und, ähm, dann haben wir, äh, KGVs in, in solchen Branchen von 30, 40, 50, 60. Das bedeutet, ähm, das bedeutet, das ist das, äh, 30, 40, 50-fache vom Jahresgewinn, ja. So viel ist dann die Firma wert. Also ganz ehrlich, Blue Grow, ähm, nichts für ungut, äh, aber wenn du denkst, dass, dass ein Franchise, das auf, also auf der Spitze steht, also ein Media-Franchise, nicht eine Firma, ja, nur ein Media-Franchise, eine Brand, nur ein Media-Franchise, das bei 90 Milliarden steht und das im Vergleich zu Hello Kitty, Star Wars und, ähm, irgendwie eben, äh, was, was war da noch, Marvel Cinematics, wo über Spider-Man und Co. steht, wenn du denkst, das ist wenig, ähm, also wirklich wenig, wenn du da wirklich davon überzeugt bist, dann, und du selber aber nicht auch Multimilliardär bist, dann, ganz ehrlich, dann, dann ist Hopf, dann, dann bist du komplett lost, ja, weil das ist ultimativ viel, ja. Also du musst dir mal so überlegen, ähm, wenn du als Investor selber eine Million oder zwei oder drei Millionen zusammen bekommst, ja, dann bist du schon gesamt gesehen auf die gesamte menschliche Population schon richtig krass dabei, aber unter denen, die richtig krass dabei sind, bist du immer noch ein kleiner Fisch, aber gesamthaft gesehen, wenn du alle Menschen nimmst, bist du schon ultimativ dabei mit deinen ein, zwei, drei Millionchen, ja. Und wenn du dann denkst, dass 90 Milliarden, das war jetzt auch nur der, ähm, ähm, soweit ich weiß, wir können es ja gerne nochmal anschauen, müsste auf jeden Fall der Revenue sein, oder? Total Revenue Breakdown, ja, genau. Wenn du denkst, du kommst auf so einen Umsatz, ja, egal mit irgendwas, was du da machst, also, also mit einem Media-Franchise dann zudem noch, wir reden hier von Media-Franchises, nicht von Produkten direkt, nicht von, ähm, also nicht von irgendwie Smartphones, also wir reden hier von Spielzeug, ja, wir reden hier primär von Spielzeug und Media-Franchises, ja, dann komplett lost, komplett lost. Also, das ist einfach, also, ich meine, mit was könnte man das jetzt vergleichen, damit, damit du das, ähm, machen wir, lass mal kurz irgendwie, ähm, das macht durchaus Sinn, mhm, how many, ja, das ist auch ein bisschen doof. Das ist, das ist ultra schwer zum Vergleichen, das ist ultra schwer zum Vergleichen, das ist halt, wie, wie kann man das vergleichen, das sind halt einfach Media-Franchises, das ist wie wenn du Filme vergleichst, ja, Lord of the Rings ist hier auch auf der Liste übrigens, ja, also, das, das ist hier auch auf der Liste, oder, was haben wir noch auf der Liste, Cars, ja, also, es geht hier um, also, ich meine, Dragon Ball Z kennt ihr auch wieder, oder Batman, überlegt euch mal, Batman, ja, ist hier auch auf der Liste, aber auch weit unten, ich meine, okay, Harry Potter, ich meine, Hand of Sets, Harry Potter, ja, Pokémon hat dreimal so viel mehr umgesetzt, ja, wie Harry Potter und die sind beide, beide ungefähr im selben Jahr gelaunt, 1997, 1996, super Ausgangslage, einfach hat Harry Potter nur ein Drittel von dem, was Pokémon macht und der Unterschied zwischen 30 Milliarden und 92 Milliarden, das ist halt wie, ähm, ja, Sonne und Mond oder sowas, ja, also, absolut geisteskrank, absolut geisteskrank. Ähm, how many PlayStation 4 sold? Genau, PlayStation 4, 100, 100, 110 Millionen, Digga, 110 Millionen, was sind 110 Millionen, mal, wie viel kostet die? Lass mal sagen, 400, war die beim Launch. Was ist ein 100, ach, komm, leck mich doch, 110, das sind 10, 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, so, jetzt, jetzt, let's go, mal 400, oder? Was ist jetzt das für eine Zahl, Mann? Also, egal, let's go, eine Milliarde, 10 Milliarden, nee, warte mal kurz, meine Güte, ich kann nicht mehr rechnen. Also, wenn 100 Millionen PlayStation 4s verkauft worden sind, mal 400, sind das schon mal 400 Millionen, 4 Milliarden, 40 Milliarden. PlayStation, alle PlayStation 4 Konsolen, welche bisher jemals verkauft worden sind, ja, PlayStation 4 Konsolen, sind ungefähr 44 Milliarden, ähm, an Umsatz, ja, also an Revenue. Ungefähr, wahrscheinlich weniger, wahrscheinlich weniger, weil sie hat ja nicht, ist ja nur am Anfang 400 gekostet, mittlerweile kriegst du die schon für 200 oder so nachgeschmissen teilweise, also, ähm, und, also, das heißt, da kann man jetzt nicht so den Wert, also, gehen wir von 40 Milliarden aus, only PlayStation 4s, ja, aber eine PlayStation 4 ist wiederum Hardware, ja, auch unter anderem, also, das ist auch wieder Technologie ein bisschen, und darum, also, überleg dir jetzt mal bitte, was 92 Milliarden für nur ein Franchise bedeutet. Hier ist nicht die Konsole mit einberechnet, die die Person kaufen muss für, äh, diese, äh, Dings. Ja, Spiele, also, komm, let's go, nehmen wir mal zum Beispiel GTA, ja, GTA, heftiges Spiel, Units Sold, na, hier, guck mal, ähm, hier, on Xbox, on PlayStation 3, bla bla bla, ja, komm, let's go, wenn, von wo sind die Zahlen, also, sagen wir mal, sind wir gutherzig, zwei Millionen, ähm, zwei Millionen Mal wurde, oder, nee, wo haben wir das? Nee, das kann nicht sein. This equates to the sale revenue after one week, bla bla bla, haben wir nicht hier irgendwas Ganzes? Ne ganze Dings? According to the game has sold. Alles klar, okay, wir haben etwa, Okay, zehn, zehn Millionen, also zusammen, warte mal kurz, ich muss das einfach mal lesen, ich bin einfach doof. The game has sold 4.7 million units in the US and in the UK, sechs, sechs, sechs Millionen, also sagen wir, sechseinhalb Millionen, 2008. As of 2008, the title has sold over 10 million copies, okay, das ist halt 2008. Okay, das sind zehn Millionen, ähm, ähm, Kopien davon, September, bla bla bla, 2011, 22 Millionen, haben wir jetzt noch weitere, neuere Daten. Okay, wir haben keine neue Daten. Also GTA wurde, sagen wir mal, 200, 22, sagen wir bis heute, hat sich's nochmal verdoppelt, sind wir großzügig, sind wir bei 40 Millionen, ja, 40 Millionen könnte durchaus realistisch sein, vielleicht auch zu hoch gestochen, äh, weil's eh jeder schon gehabt hat. Und das hat am Schluss sicherlich nicht mehr 80, 90 Stück gekostet, sondern vielleicht noch ein Zehner oder so, ne. Jetzt überleg dir mal, 22 Millionen Units sold, ähm, rechnen wir mal, äh, 40 Millionen und das Game hätte im Schnitt 50 Franken gekostet oder 50 Euro, ja, vielleicht. Das ist schon, glaub ich, am teureren Ende, weil heute bekommt man das ja nachgeschmissen, oder kostenlos teilweise, dieses Spiel. Das heißt, wir hätten nur, nur mit GTA 4, ja, läppische, im Vergleich zu, äh, jetzt Pokémon oder so, läppische, ähm, ja, 2 Milliarden Umsatz gemacht. Versus 92 Milliarden. Und darum ist GTA hier nicht auf der Liste, meine Freunde, ja, weil GTA zwar schon eine krasse Brand von Rockstar ist, äh, oder Rockstar Games ist, aber halt nicht so eine krasse Brand wie hier. Und darum, also, die Leute checken gar nicht, dass Pokémon einfach mal die heftigste Franchise oder Media Franchise ist, das wir überhaupt haben, ja. Ja, und das wird halt immer wieder unterschätzt, ja, so Marvel Cinematic Universe würden die meisten Leute noch denken, ja, das performt eh besser, aber Pustekuchen, Pokémon ist hier oben. Und immer, wenn ich diese Grafik zeige, denken so die Leute, ja, pff, aber Pech gehabt. Bei Toon Chaos führt zum Hohlen, Englisch oder Deutsch? Ich hab primär nur Deutsch, erste Auflage, habe aber auch noch ein paar englische Displays, die noch kommen werden, ähm, aber bei Yu-Gi-Oh bin ich mehr auf der, ähm, deutschen Schiene, was neue Produkte angeht, die rauskommen, aber auch englische Produkte, also ich hab beides, aber ich sag mal so primär Deutsch tatsächlich, aber es kommt tatsächlich in der Regel nicht drauf an in der Realität, ob Englisch oder Deutsch. Wichtig sind dann so die Auflagen und so weiter, ähm, dass man das einfach weiß. Ja, der Fabi, absolut Gangsterwäßig, wo hat er das denn rausgekramt? Ähm, könnt ihr ja selber lesen, aber würde, äh, würde dir die Champignon Brands als Casino-Aktie vorschlagen. Sie experimentieren mit Psychedelika, gegen Depressionen etc. könnte spannend werden, lieben Gruß, schreibt der Fabi. Ähm, find ich tatsächlich sehr spannend, das Thema, ähm, ich kenn mich nicht so aus, ähm, wie weit sie jetzt da schon mit der Forschung dabei sind. Ich weiß, dass gewisse Länder da tatsächlich etwas lockerer damit umgehen und das auch wirklich, äh, anschauen. Ich hab da die ein oder andere, sag jetzt mal, äh, das ein oder andere Buch dazu auch gelesen, äh, was auch auf Studien basiert und diese auch ein bisschen zusammenfasst. Find ich sehr spannend, was man da alles machen kann und dass es tatsächlich auch hilft und dass da mittlerweile auch eben, ich sag jetzt mal, kontrollierte Studien über das gemacht werden und man immer mehr rausfindet, was halt diese, äh, ich sag jetzt mal, Substanzen denn so anrichten können. Nicht nur Böses, sondern auch mal Positives in einem kontrollierten, äh, Umgang, ähm, und kontrollierten, äh, ich sag jetzt mal, Umfeld. Also, find ich sehr spannend tatsächlich an der Stelle. Ähm, hatte ich tatsächlich gar nichts auf dem Schirm, dass es da Unternehmen gibt, die tatsächlich da am Start sind. Ich kann ja mal kurz googeln. Ach so, ja, kann, ja, stimmt, Kanada war das doch. S-H-R-M, Schroom, oh shit. Let's go, meine Lieben, let's go. Okay, aber die sind erst seit Neuem an der Börse, oder? Oh, ist aber ganz krass, ganz wilde Nummer. Das ist ja nur, also nur, es ist ein sehr kleines Unternehmen noch. Wahrscheinlich eben, weil es halt erst an der Börse seit kurzem ist, aber krass. Was hältst du von diesem Konzept, wo du eine Pflanze kaufst und dann von dem Verkauf einen Anteil bekommst, hast du dir schon mal angeschaut? Nö, finde ich uninteressant, ähm, interessiert mich auch relativ wenig. Und, äh, ich hab's mir mal kurz angeschaut, finde ich eher, äh, weniger spannend und würde ich auch keine Zeit dafür investieren wollen. Wenn andere das machen, können das gerne machen, ähm, aber ich find's tatsächlich eher uninteressant, muss ich ehrlich sagen. Ja, also, äh, ins Casino-Portfolio ist ja auch Nell Asa und Nell Asa ist auch eine, auch ein Pennystock. Aber kommen wir zurück zum Webshop, ja. Ähm, ich werde nämlich auch immer wieder gefragt, ähm, eben, wie ist das mit dem Webshop? Sollte man von Anfang an den Webshop starten oder, ähm, sollte man das nicht tun? Oder wieso sollte man mit dem starten? Und Ebay-Kosten sind ja so teuer, dies, das, jenes, ähm, ja, wenn du mal in, in Relation siehst, was der Aufwand für einen eigenen Webshop ist versus Ebay verkaufen, dann wirst du auch verstehen, wieso Ebay 10% ungefähr, äh, an Gebühren frisst, ja. Ähm, weil es dir halt alles abnimmt im Prinzip und du eigentlich ganz gemütlich, easy sich aufs Verkaufen konzentrieren kannst und alles andere ignorieren kannst. Bei einem eigenen Webshop ist das eher weniger, da musst du halt eben alles drum und dran auch, äh, äh, machen und entsprechend, äh, richtig machen und drauf schauen, dass alles funktioniert. Und das muss man halt, äh, bei einem eigenen, äh, also bei einem Ebay-Store auf jeden Fall nicht tun, ja. Aber bei einem eigenen Webshop ist das halt sehr, sehr relevant und da kann man dann halt wirklich, hat man dafür auch mehr Freiheiten, ist es dann unter Umständen auch günstiger, aber erst ab einem gewissen Niveau. Also wenn du jetzt nur wenige Produkte verkaufst, erst gerade anfängst, ist natürlich der Webshop viel teurer als irgendwie ein Ebay-Store, aber wenn du dann mit der Zeit da hineinwachst, wir haben jetzt bald 8.000 Produkte, äh, die wir gelistet haben, dann sieht das natürlich nochmal ganz, ganz anders aus, ja. Also AGBs, respektive, ähm, 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 wie sagt man dem, ähm, auch Datenschutz und so, das gibt Generatoren und da musst du halt nur noch deine eigenen Daten anpassen und die sind eigentlich immer relativ, äh, ja, rechtssicher, weil du musst halt, also, du kannst es natürlich dann, oder ich würde es immer nochmal prüfen lassen, kontrollieren lassen, aber grundsätzlich, ähm, hört sich zwar dumm an, aber, ähm, also, da muss nur halt ein bestimmter Text in einer bestimmten Form drinstehen, in, mit einem bestimmten, ich sag mal, ähm, äh, äh, Wording und da muss das halt, also dann, dass es passt, ja. Und ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, äh, äh, da höre ich immer von Abmahnungen und so weiter, aber hier in der Schweiz ist so Abmahnung überhaupt nicht, ähm, ein großes Thema, ja, also das, das ist, ich weiß nicht, ob wir, ich lehne mich da vielleicht weit aus dem Fenster, aber vielleicht hat man in der Schweiz einfach mehr Anstand, ähm, und, und macht nicht so eine Kinderkacke, ähm, aber ich kenne niemanden, niemanden, ja, hier in der Schweiz, der von irgendeiner Abmahn-Story mal erzählt hat, oder dass es das überhaupt so in dem Kontext gibt, wie in Deutschland, dass da Firmen effektiv das Internet durchforsten und Webseiten, Webshops und Co. abmahnen. Das habe ich hier in der Schweiz noch nie gesehen, noch nie gehört und weiß nicht, ob es das einfach hier nicht gibt, oder ob man das hier gar nicht machen kann in dem Kontext, wie das in Deutschland passiert, oder ob einfach die Schweizer zu viel Anstand für das haben und sich um ihren eigenen Kram kümmern und nicht einfach irgendwelche anderen Leute abfacken wollen, ja. Also, äh, das an, in dieser Stelle aus meiner Erfahrung, also, aber darum schlussendlich, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, lasse das einfach machen, dann kostet das vielleicht ein paar hundert Euro und dann, ja. Bei Toon Chaos werden schon Karten für 200 Euro, achso, ja, klar, das ist eben wegen den Collectors Rare. Ja, also, du hast pro Case, also alle drei bis vier Displays, also pro Case drei bis vier Collectors Rare Karten, das heißt, wenn du drei bis vier Displays aufmachst, hast du eine Collectors Rare Karte und diese Collectors Rare Karte gehen halt relativ teuer weg, je nachdem, welches halt ist. In Deutschland, ich weiß, dass es in Deutschland solche Firmen gibt, Blue Grow, und hier in der Schweiz, soweit ich weiß, gibt es das, äh, äh, nicht. Also, ich kenne das hier in der Schweiz nicht, dass das gemacht wird, oder ob das, es gibt auch, also, ihr müsst halt verstehen, die Schweiz hat ein anderes Recht als Deutschland, und die Schweiz ist auch nicht in der EU, ja. Und hier in der Schweiz, ich weiß nicht, äh, wie das ist, da ist auch die Mentalität ein bisschen anders, was viele Dinge angeht. Das hört sich dumm an, ja, ähm, aber wenn man mal in der Schweiz gewesen ist, und das höre ich auch immer wieder von vielen Leuten, die ausgewandert sind, auch vom Christian, ähm, der Auswanderlux, ähm, dass die Mentalität hier grundsätzlich komplett eine andere ist, und, ähm, halt, die, das ist einfach eine andere Kultur halt einfach ist, ja, so, ähm, das ist wie wenn man halt, ist übertrieben gesagt, da ist vielleicht wegen derselben Sprache dieser direkte Kulturunterschied nicht direkt bewusst, wie wenn ich jetzt zum Beispiel nach Ägypten gehe, nach Afrika gehe, nach Japan gehe, oder so, aber hier in der Schweiz herrscht schon eine ganz krass andere Kultur tatsächlich. Und ich meine mit anderen nicht unbedingt schlechter, aber vielleicht in dem Case für Reseller ist das andere vielleicht schlechter, ja, ähm, und ist auch eklig, aber wie schon gesagt, das ist hier doch schon nochmal, ähm, gesitteter, wenn man das so sagen kann, vielleicht ist halt auch einfach der gesunde Menschenverstand mehr da, oder einfach die Leute wollen sich nicht gegenseitig mehr abfacken als nötig, und, also, eben, das gibt, das habe ich hier in der Schweiz echt noch nie gehört, dass ihr, und ich kenne einige Leute, die einen Webshop haben, ähm, und die ihn auch betreiben, und den auch schon länger betreiben, und weiß, wie die das auch so ein bisschen machen, regeln und so weiter, und, ja, also, mit der Zeit, äh, ja, also ich habe noch nie so eine Story aus, von Deutschland, ja, habe ich schon einige Storys gehört, auch von bekannten Leuten, die ich wirklich echt kenne, und persönlich kenne, aber von, von, von hier in der Schweiz tatsächlich noch nie. Manuel, du kannst einfach mal googeln, Google ist dein Freund. Google ist dein Freund. Sind alte Franken noch gültig? Ja, kommt drauf an, welche. Also, meinst du, die, die von ein paar Jahren auf jeden Fall. Die Schweizer sind auch weniger, das heißt, weniger Arschlöcher, alles klar. Aber du meinst, du, die prozentuale Verteilung bleibt halt gleich, aber weil wir halt zehnmal weniger Leute sind, sind wir halt zehnmal weniger Arschlöcher auch, oder wie? Also, das hast du gesagt. Das hast du gesagt, das habe nicht ich gesagt, ich habe das nicht gesagt, ja. Ich habe nur den Kommentar gelesen. Ja, oh Mann. Ja, also, wie schon gesagt, also, wenn man ein Business startet, muss man auch damit klarkommen, dass, dass hier jemand, äh, jemanden abfacken will, und für sowas hat man auch eine Rechtsschutzversicherung, also, ähm, wenn mich jemand abfackt, ja, ich habe die geilste Rechtsschutzversicherung, ich habe mir ein All-Inclusive, ähm, Gönnerpaket gegönnt, wo ich für alles abgesichert, im Prinzip für alles mögliche abgesichert bin, dann, ja, dann ficke ich zurück. Einfach auf gut Deutsch, ja. Also, wenn jemand denkt, er muss was machen, und es ist nicht irgendwie wirklich, weil ich effektiv was Fahrlässiges falsch gemacht habe, wo wirklich komplett, ähm, Leute gefährdet oder irgendwie komplett wirklich falsch ist und wirklich illegal ist, ja, solange es das nicht der Fall ist, dann werde ich natürlich komplett radikal zurückficken, was geht, ja, dann geht es ums Prinzip. Und ich bin da gut ausgerüstet, also, ich kann euch empfehlen, eine Rechtsschutzversicherung, vor allem, wenn man Unternehmer ist, selbstständig tätig ist, an der sollte man nicht sparen, weil im Worst Case kann man da dann ordentlich, ähm, ja, ordentlich zurückverteilen, sage ich da immer. Die alten Franknoten laufen ab und sind dann nicht mehr gültig. Schau mal im Internet. Ja, aber ich glaube, das geht bis zu 10 oder 20 Jahre oder so. Marokko oder Marakko, Marakko. Ich bin relativ neu hier. Wie oft streamst du? Aktuell täglich um 18 Uhr. Und nach diesem Stream bin ich dann auch auf Twitch online ungefähr eine Stunde. Auf unbestimmte Zeit täglich tatsächlich. Hast du asiatische Wurzeln? Ja, hab ich. Nee, das war Österreich, genau. Ich weiß, wen du meinst. Wir sprechen jetzt den Namen nicht aus, Blue Grow, aber wir wissen ganz genau, wer gemeint ist, ja. Hat einen komischen Schnauz gehabt. Einen lustigen. So einen Charlie Chaplin Schnauz, nenne ich den jetzt mal. Hat nicht Charlie Chaplin den zuerst gehabt? Oder war das so zur gleichen Zeit? Und der hat so ein bisschen sich umgekehrt inspirieren lassen. Ich weiß es gerade echt nicht. I do not know. I do not know. Aber apropos Webshop, was ich jetzt auch so gemerkt habe, was die Problematik ist, ist, je mehr Produkte du hast, irgendwann mit der Buchhaltung, wir haben bisher keine richtige Warenbewirtschaftung gehabt und keine Fraktura, also keine richtige zumindest. Und jetzt haben wir gemerkt, weil wir jetzt immer mehr Produkte jetzt auch haben, jetzt dieses Jahr, das auch extrem eskaliert ist, weil ich halt eskaliert viel auf, also halt investiert habe, ja. Bedeutet das im Prinzip, ähm, dass man halt dann, ähm, wie soll ich sagen, äh, also dass wir jetzt uns gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt unbedingt, äh, ne, boah, okay, das war jetzt nicht so toll, was ich hier gemacht habe. Also wir brauchen unbedingt eine Warenbewirtschaftung und das wird jetzt dieses Jahr hoffentlich dann gemacht, dass wir dann spätestens gegen Ende Jahr, spätestens dann ab Neujahr, dann diese dann effektiv nutzen können. Ähm, das ist jetzt auch noch aktuell eine Hürde, ein Problem. Ähm, da haben wir, oder da habe ich bisher mir, äh, vorher noch keine großen Gedanken gemacht, weil es bisher noch so funktioniert hat, wie wir es gemacht haben, aber, äh, jetzt wird es langsam so ein bisschen kritisch, wegen der Menge und wegen dem Warenlager und so weiter. Und, ja, das wird jetzt auch nochmal so eine Challenge. Auf Twitch heiße ich Spielkojote, wenn es dich interessiert, weil du schon gefragt hast. Genau. Hier übrigens auch bei den Games, wenn wir das mal anschauen wollen, so schaut das aus. Ich meine, ich kann euch ja mal so ein bisschen die Funktion zeigen. Let's go, ich will jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Sword of Mana kaufen, dann ist das hier im Warenkorb. Ähm, ich will noch so ein paar, ich meine, so ein paar Yu-Gi-Oh! Booster kann man sich ja gönnen. Ja, so ein paar Oldschool Booster und hier natürlich auch noch das Legend of Blue Eyes, ja. Ähm, ich sage jetzt mal auch noch so ein paar Standard-Packs hier, so was wie Cybernetic Horizon, äh, Cybernetic, boah, was ist jetzt los? Cybernetic Horizon. Und ich kann aber auch zum Beispiel das anklicken natürlich, dann kann ich es auch hier von hier aus nochmal kurz anschauen, das Bild in der vollen Größe mir gönnen, ja. Und dann kann ich es aber auch hier, vielleicht will ich auch direkt drei, drei in den Warenkorb packen. Kann ich noch so ein bisschen Pokémon, äh, äh, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Tinboxen will ich mir noch gönnen. Hey, Failpirat, schönen Abend noch. Und Blue Grow auch, dir schönen Abend. Dann kann ich hier jetzt zum Beispiel auch noch sagen, jo, ich will jetzt vielleicht noch eine Tourtalk-Tinbox und dann noch, keine Ahnung, let's go, ne. Da kommen hier irgendwie sowas, Lucario, Melmel, dann komme ich auf 510 Franken, habe hier dann die Produkte, kann mir das nochmal anschauen, wie das ausschaut, ja, äh, mit den Produkten und kann dann nachher, ähm, ja, hier zur Kasse dann gehen, ja, zur Kasse drücken, kann mich dann, kann zum Beispiel auch als Gast bestellen, ich könnte mich auch registrieren oder einloggen, wenn ich einen Account habe, hier alles ausfüllen, wenn ich das als Gast mache und halt ganz normal Versandmöglichkeiten auswählen, dann Zahlungsmethode auswählen, haben wir hier unten gesehen, haben wir diese Zahlungsmethoden, ähm, bestätigen und dann fertig und dann ist die Bestellung abgegeben und so funktioniert dann das Ganze, ja. Ich lösche jetzt das mal wieder aus, aus meinem Warenkorb, weil ich brauche das jetzt ja hier nicht im Warenkorb, ich wollte euch das einfach zeigen, das ist wirklich alles automatisiert, ja. Und wenn man dann zum Beispiel ab 149 Franken oder mehr bestellt, ist es dann natürlich auch Porto, oder eben Porto frei tatsächlich, ja. Berkhan IPEG auch am Start, mega geile Sache, kein Problem, dass du so spät dran bist, also du kannst ja die Streams auch immer im Nachhinein schauen. Die Startseite sieht dann übrigens auch so aus, dass ihr euch das vorstellen könnt, hier haben wir so einen Teaser-Slider, da muss ich auch mal wieder ein paar updatete Bilder machen, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, es ist aktuell einfach zu viel los, ähm, hier, ähm, einfach so ein paar Punkte, so Link zum Blog auch, wie der Versand funktioniert und so weiter, ähm, hier einfach ein paar, ups, habe ich mich verklickt, wollte ich gar nicht, ich habe mich einfach verklickt, ähm, hier ein paar Top-Produkte, die immer durchrotieren und zufällig sind, ähm, hier Produkte, die heruntergesetzt sind, Prozente und so weiter, hier kann man noch Kategorien anklicken, wenn man das will, hier sind Neuzugänge im Lager, das sind dann alles einfach Produkte, die halt erst kürzlich oder neu gelistet worden sind, zum Beispiel, oh, Structure Deck, Yu-Gi-Oh! hier unten sieht man dann auch das, was zusammen mit diesen Produkten gekauft worden ist, oder sehr häufig gekauft worden ist, also das seht man, bei jedem Produkt ist das halt anders, kann man auch hier schauen, PSA-Graded Cards, ähm, ja, also hier ist jetzt nichts zusammengekauft worden mit dem, aber jetzt zum Beispiel, ähm, lass mal unter Sealed Products Pokémon gehen, ähm, was wurde schon verkauft, zum Beispiel öfters, ich überlege jetzt gerade, was ich euch zeigen kann, weil es ist wirklich dann effektiv, wenn etwas Bestimmtes, halt oft zusammengekauft wird, oder öfters zusammengekauft wird, wird das halt dann so entsprechend angezeigt, ich kann mal hier nach hinten, hinten gehen, was ist jetzt hier los eigentlich, wieso ist das ausverkauft, ist das wirklich, nee, ich habe hier einfach keine, keine Anzahl angegeben, oder, oder wurde das jetzt tatsächlich heute verkauft, oder, 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 Hey, das wurde wirklich heute verkauft, ja, lost, äh, geil, ganz eine wilde Nummer, aber herriger, ihr habt doch zwei Sachen, da hat jetzt zum Beispiel auch das gekauft, heute, ähm, wann hat er das gekauft, um 18.19 Uhr, also vor, ja, vor einer halben Stunde, hat das bezahlt, direkt, und das heißt, das wird dann am Montag rausgehen, per Post, weil übers Wochenende ist halt, äh, ja, kann man halt, oder können wir halt nicht verschicken, heißt, am Montag geht das raus, dann hat er das am Dienstag, genau, so schaut's aus, ja, ganz wilde, ganz eine wilde Nummer, sehr schön, lieferst du auch nach Deutschland? Nee, leider nicht, nur innerhalb der Schweiz, nur innerhalb der Schweiz, aber, Moment jetzt mal, das kann ja nicht sein, ich hatte doch zwei von denen, wieso habe ich nur eins gelistet, was ist denn los? Ähm, das müssen wir doch direkt einfach mal anpassen, ich kann euch das mal zeigen, also ihr seht jetzt, weil ich hatte eigentlich zwei von denen, ich habe glaube ich aus Versehen, beim Listen, habe ich statt einer zwei, habe ich einer eins eingetippt, passiert mir ab und zu, dass ich da halt einen Tippfehler mache, also ich bin ja auch nur ein Mensch, und ich hätte eigentlich da zwei eintippen müssen, da habe ich wahrscheinlich nur eins eingetippt, und kann das jetzt halt anpassen nochmal, also eines hinzufügen, ach komm, leck mich doch, let's go, kann ich das speichern, und jetzt aktualisiere ich das, jetzt ist das wieder auf Lager, schau mal, let's go, jetzt ist es wieder auf Lager, und jetzt kann man es auch wieder, in den Warenkorb packen, und jetzt ist auch ganz, ey, was ist denn jetzt hier los? Ähm, jetzt hat gerade nochmal jemand was gekauft, hier während dem Stream, ich kann euch das mal kurz zeigen, welchen sehe ich das ja gerade, genau, sehr schön, jetzt, ähm, Shadol, oder, mach mal kurz, äh, Shadol, Showdown, genau, genau das hat jemand gekauft, zusammen mit, Cyber Dragon Revolution Structure Deck, jetzt sieht man hier unten, Personen, die Shadol, oder dieses Shadol Structure Deck gekauft haben, für 15,90, haben bereits folgende Produkte ebenfalls gekauft, ja, unter anderem, nicht nur, aber das sind dann die Produkte, die halt mit empfohlen werden, oder wenn ich Structure Deck Lair of Darkness nehme, sieht man auch, dass diese Produkte miteinander gekauft wurden, mit Structure Deck Emperor of Darkness, dann sieht man auch hier, ah, okay, das wurde mit folgenden Produkten gekauft, ah, wir können jetzt auch Cyber Dragon Revolution, äh, suchen, das ist dieses Structure Deck, und dann sieht man auch hier, dieses Produkt wurde auch mit Einzelkarten gekauft, mit diesem Ordner, mit solchen Kartenhüllen, Toploader, mit solchen Kartenhüllen gekauft, oder wenn ich auf die Kartenhüllen drucke, dann sehe ich, ah, okay, das wurde mit diesem Deck gekauft, alles mögliche, da wird dann halt immer so cross-referenziert, auf bestimmte Bestellungen, oder bestimmte Bestellmuster, und das finde ich sehr cool, und, äh, das zeigt dann auch so ein bisschen, okay, das wurde halt eben gemeinsam, äh, tatsächlich gekauft, also das ist immer sehr, sehr praktisch, was das angeht, ja, ähm, also das, das ist wirklich, ne, ne, top, richtig gute Funktion, auch hier wird es das auch geben, hier sieht man auch gut, wie wir das mit Einzelkarten kombiniert worden sind, also, das funktioniert alles sehr gut, ähm, und ist auch sehr nice, und ist eine super Funktion, die man halt sehr gut verwenden kann, ja, aber eben, also ihr seht, währenddem ich sogar streame, werden Dinge gekauft, und jetzt zum Beispiel, so wie wir jetzt das gerade aktuell machen, würde ich jetzt am Montag, ähm, dann, äh, Montag früh am Morgen da hingehen, die Pakete jetzt halt noch machen, solange mein Vater, bis er fit halt wieder ist, und dann entsprechend, ähm, ja, das Ganze dann, äh, verpacken, und dann, äh, wird es auf die Post gebracht, und dann abgeschickt, und dann kommt das bei den Leuten am, äh, Dienstag entsprechend, dann sofort, also in der Regel dauert das einen Tag, äh, A-Post, weil wir verschicken nur A-Post, genau. Gut, ähm, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen Einblicke gebracht, in den Webshop, äh, ich weiß, dass Reselling oder Webshop-Videos nicht so beliebt sind bei euch, oder bei den meisten Leuten, ähm, ist für mich okay, aber ich habe so ein bisschen meinen Spaß dran, und mache das eigentlich relativ gerne, und hoffe, es hat euch gefallen, ihr habt auch was mitnehmen können, ihr konntet eure Fragen stellen, und, ähm, habt da jetzt auch so ein bisschen gesehen, wie das bei mir funktioniert, während dem Stream kann ich euch auf jeden Fall sagen, habe ich gerade 253 Franken an Umsatz gemacht, und Gewinn sind das ungefähr die Hälfte, also 50%, ähm, ähm, also das waren jetzt ungefähr 125 Schweizer Franken an Gewinn, die der Webshop gerade generiert hat für mich, also sehr eine spannende Sache, ähm, hast du die dicken Kartenhüllen, Toploader auch im Geschäft? Nein, du müsstest sie im Webshop bestellen, Christian, und per Abholung, und dann sind sie sofort am nächsten Tag ready für die Abholung, also falls du welche brauchst, ähm, einfach eine normale Bestellung platzieren als Abholung, und dann hast du die da am Start auf jeden Fall, das ist kein Problem, das ist in der Logistik no problem at all, na? Ja gut, ich hoffe es hat euch gefallen, lieben Dank fürs Zuschauen, ihr wisst jeden Tag um 18 Uhr hier auf YouTube gibt es Livestreams, aber ich bin nachher auch auf Twitch online, und da sind einige Leute auch hier aus dem Finanzrudel am Start, dort sind wir das Spielrudel beim Spielkoyoten, ich würde mich also freuen, wenn ihr dort vorbeischaut, oder auch einen Follow da lasst auf Twitch, das hilft mir natürlich enorm, und ich habe da auch aktuell eine Menge Spaß dran, das ist für mich immer der Feierabend, weil, ähm, ich dann so ein bisschen ausplempern kann, ein bisschen zocken kann, aktuell spielen wir gerade Warcraft 3 Reforged, oder Heroes of the Storm, vielleicht auch mal ein paar Diablo 3 Sessions, aber, ähm, habe ich richtig Bock drauf, gerade aktuell, also wenn ihr Bock habt, einfach da mal joinen, ein bisschen miteinander quatschen, ähm, off-topic quatschen, über verschiedenste Dinge, Gott und die Welt reden, und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream, bis dahin, tschö Leute. Orsapp Все das hat impactありがとうございました, bis dahin nur, bis dahin, bis dahin, bis dahin ist, bis dahin, Vielen Dank.